ein herz quack und willkommen zurück liebe freunde zu einer weiteren runde shakes and fidget und ihr seht ich hab pilze ja so sieht es aus ich habe endlich wirklich dank dalu von den spielemachern oder wo auch immer er die herbekommen hat 2500 pilze bekommen oder habe jetzt schon einige verballert habe jetzt noch ein bisschen gold übrig war hier noch mal in der taverne gewesen mit dem start von blatant soul habe ich tatsächlich wirklich da wir das ein bisschen hart reingesuchtet haben gestern und vorgestern verrafft ab elf uhr zu zocken weil zwischen elf und zwölf kann man sozusagen mit pilzen abenteuer überspringen und da kann man hier schön 300 abenteuer lust in kurzform auch alu genannt verballern weil wenn man hier die 100 aufgebraucht hat kann man hier bei dem kollegen durch bier trinken man sieht hier 0 von 10 das heißt man macht fünf stück ab und wieder 100 100 abenteuer lust kann die wieder komplett verballern und kann noch mal aufladen das heißt man hat insgesamt 300 abenteuer lust pro tag theoretisch maximal zur verfügung und deshalb unter anderem ist mein charakter jetzt auch schon stufe 30 das heißt letztes mal ich glaube war noch stufe 18 und ja jetzt stufe 30 und es geht mega gut voran also ich muss sagen das ist mega nice dass das jetzt so schnell geht einen großen teil trägt dazu auch noch die gilde bei in der ich drin bin das ist die wing gilde dadurch ist auch drin und ja der hat ist auch gerade zwei level über mir und wir klotzen jetzt richtig ran um hier aufzuholen die hat die letzten zwei tage nichts vergessen abends zu zocken deswegen hat er mich schon ein bisschen überholt aber das ist kein problem wir werden hier so ein bisschen weiter ran glotzen haben halt das große glück dass wir 118 prozent gold und 118 prozent erfahrung bekommen durch die gilde und deswegen gehen wir hier gerade mal ist gerade pilz wochenende matschnee nee nee das sieht immer geil aus das ist immer geil 14 minuten ich weiß nicht ob die folge jetzt komplett so lang gehen wird aber was ich generell mittlerweile gelernt habe war dass anfangs ich weniger wert auf items im shop legen soll wenn man die später sowieso mehr oder weniger bekommt auch aus dungeons und so weiter außer ist halt wirklich ein gutes dabei dann darf man da durchaus mal zuschlagen kann doch generell mal kurz mein equipment zeigen das ist wirklich diesmal hut mit rüstung und intelligenz mit einem einsetzbaren edelstein auch rüstung intelligenz hier rüstung geschickt intelligenz rüstung stärke intelligenz aber ich habe wirklich darauf geachtet dass intelligenz dabei ist da einen schönen start bekommen mit wirklich 54 int hier haben wir noch intelligenz drauf da haben wir rüstung intelligenz hier haben wir noch intelligenz und da haben wir auch intelligenz also langsam aber sicher wird das ganze unsere tränke gehen noch bis heute abend 23.14 das ist natürlich habe ich nicht so viel zeit zwischen 23 uhr und so aber innerhalb von einer viertelstunde kriegt man die 300 alu schon verballert wenn man pilze hat und das sollte klappen und das sammeln album habe ich in der zwischenzeit noch gefunden gehabt wenn wir das mal anklicken da sehen wir dann sozusagen werden wie so ein pokedex zumindest habe ich das jetzt verstanden dass einfach monster die man so unterwegs sieht hier eingetragen werden und da gibt es ja coole fischer und was wir noch machen können ist wir können oder habe ich das schon getan am rad drehen kann dann machen wir noch mal für den pilz bin der bio im stuhl bekommen wir machen es etwa dreimal das war auf genau 2350 runter sind 3.000 erfahrung nice nehmen wir mit die nehmen wir mit ganz klar und nochmal 144 das war eigentlich ganz ganz geil so gucken wir haben mal schuhe die sind halt kacke aber das ist nicht schlimm die können dafür ballern und wir gehen zur festung denn wie ihr seht hat sich da auch ein bisschen was getan wenn ich hatte mal holz und stein sammeln denn ich habe meine feste gebaut dann habe ich hier die holzfällerhütte und den steinbruch gebaut danach noch das arbeiterquartier meine festung ist auf stufe 3 denn ich habe die auf stufe 3 gepusht damit ich die edelsteine bin ja bauen kann kann hier noch eine schatzkammer machen was steht denn da schatzkammer bringt der jener stufe zusätzliche rucksackplätze okay das ist eigentlich ganz nice aber viel wichtiger ist hier die edelsteine in der edelsteine kannst du edelsteine suchen um damit gegenstände zu verbessern je höher ihre stufe desto hochwertiger die gefundenen edelsteine deshalb ganz weiß weil ich könnte es entweder ausbauen kann aber jetzt auch schon einmal edelsteine suchen und das dauert 54 minuten und dann könnte ich so ein edelstein finden bekommen den ich bei mir in ausrüstungsflot rein setzt ja da ich jetzt noch vom level nicht ganz so weit bin und wahrscheinlich meine equipment noch mal schnell verändert werde ich eher hier erst mal drauf gehen wirklich die edelsteine zu boosten also weiter auszubauen sofern das möglich ist damit wir da einfach wirklich bessere sachen rausbekommen vielleicht schneller bauen ich weiß nicht genau inwiefern das da läuft aber denke das würde hier wirklich sinn machen dann kann ich gerade mal gucken dritte halle ausbauen habe ich da genug zeug für ich habe da sogar genug dritte halle ausgebaut und ja das ist echt ziemlich ziemlich nice genau hier haben wir noch eine nachricht von shakes und fidget selbst bekommen shakes und fidget bei steam wir wollen shakes und fidget auch aus dem bringen doch dafür brauchen wir deine hilfe wenn du da wenn du ein steam account hast wurde hier da steht der link den könnt ihr manuell abtippen und wenn ihr selbst shakes und fidget super geil feiert und da bock drauf habt dann geht doch einfach mal wirklich auf 7 und wartet da mal für dass das game auch bei steam kommt ist echt finde ich ziemlich nice weil dann kann man das ganze über steam verbinden sieht wann die anderen gerade zocken auch ohne dass man jetzt selbst in game ist und in der liste schaut wer gerade online ist und ist eine finde ich sehr coole sache sehr coole idee von denen dass sie da in die richtung gehen möchten ich gehe gerade einfach noch mal hier die nachrichten durch und zwar habe ich hier von dem teufelmann habe ich noch mal nachgehakt oder er hat im live stream glaube ich mitbekommen dass ich noch nicht in der gilde drin war oder dann sagt er wieder teckel mal anhauen und da kam ich auch wirklich dann ich glaube am nächsten tag oder abend sogar direkt noch mit rein und da hat mich willkommen geheißen wir so ein bisschen erklärt was jetzt passiert und danke an der stelle noch mal sehr sehr freundlich und da kam auch noch was frage ich sehr dass du ein großer fan heißt auf youtube auch kriegsheld ach genau du hast mir mal bei hurtworld weitergeholfen machst sehr tolle videos nächstes mal ein großer youtuber hoffe wir zocken mal zusammen hurtworld etc danke fürs lesen ja von der zeit her fürs zusammenzocken das tut mir unglaublich leid ja ich bin ja noch ein kleinerer youtuber aber klein ist jetzt auch relativ weil die 10.000 haben wir jetzt schon paar tage lang geknackt und 10.000 abonnenten das ist ja nicht klein das ist ja wenn man sich das wirklich mal vorstellt das ist eine ganze menge an leuten und ich nehme mir aber gerne die zeit wirklich jeden kommentar zu beantworten solange ich das noch machen kann ja wenn ich beispielsweise irgendwann so groß sein sollte wie wie dalo beispielsweise da funktioniert das einfach nicht da habe ich auch schon ein paar kommentare bei mir bekommen wo es hieß ja finde ich gut dass du das machst manche andere machen das ja gar nicht dalo oder sowas da könnte es auch gar nicht da ist so viel zeit muss man in die videos stecken die zu machen die zu bearbeiten thumbnails zu machen die alle hochzuladen fertig zu stellen da kommt man einfach generell nicht so sonderlich viel dazu kommentare zu beantworten und bei mir sind es ja noch halt im verhältnis viel viel weniger kommentare wenn ich da dann auch viel mehr kommentare bekommen würde dann irgendwann geht es wirklich einfach rein zeitlich gar nicht mehr das heißt da wirklich das nicht in falschen hals bekommen denken das interessiert ihn gar nicht oder 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 wenn das bei mir mal der fall sein sollte das stimmt nicht lesen tun wir die bestimmt nur einfach die zeit wirklich alle zu beantworten ist dann irgendwann nicht mehr gegeben und man überfliegt mehr und wenn man dann mal so ein bisschen explizit kommentare rauspicken die beantwortet dann ist das einfach wirklich so das maximum was man da leisten kann das heißt das nicht falsch verstehen aber trotzdem natürlich danke für das für das kompliment genau hier auch noch mal das angebot dass falls irgendwas wissen will mich einfach melden kann finde ich sehr freundlich schlecht gerade mal die nachrichten kann ich nämlich jedes mal direkt überblick behalten was ich denn an neuen messages habe den link lassen wir hier noch drin ja und ich kenne gerade mal auf den charakter besser als 85 prozent der spieler ja ich habe irgendwie die letzte zeit gar nicht so viel arena gemacht sollte ich heute aber vielleicht noch ein bisschen ausnutzen ganz einfach aus dem grund dass hier noch die die passenden tränke drin haben mit ausdauer leben ich meine mein leben ist geboostet auf 13.717 ja weil ausdauer zum einen geboostet und lebensgenergie selbst noch mal um 25 prozent und meine int ist auch noch mal auf 645 geboostet das heißt ein schaden von 7336 das ist glaube ich für meine stufe gar nicht mal so verkehrt wenn man sich das mal anschaut wie gesagt selbst ich mit mega mit zweimal hier boost auf leben 13.000 leben wenn da in etwa also im schnitt zu 7000 schaden reinkommen dann brauche ich auch nur zwei hitze bin weg also das ist schon das ballert gut durch deswegen sollten wir vielleicht noch mal arena machen dann würde ich eventuell wirklich hier noch die sechs minuten 40 abwarten falsch geklickt wir gucken gerade einfach noch mal den shop durch was hier drin ist kein intelligenz nur glück rüstung ausdauer ist nice wenn der noch intelligenz hätte theoretisch könnte so einen trotzdem holen und mir da intelligenz drauf ballern das würde theoretisch gehen wünschen einen edelstein bekommen mit intelligenz dann könnte ich stehen da einsetzen falls ich da noch was falsch sage weiß tut mir leid weil wie das mit den edelsteinen abläuft ob ich da beispielsweise edelsteine rausbekommen mit fertigen werten oder ob ich das selbst irgendwie noch beeinflussen kann das weiß noch nicht das habe ich noch nicht gemacht wird sich dann die tage klären okay diesen diesen bullshit diesen auch bullshit das ist auch und selbe wie bei dem anderen gürtel wobei der hier witzigerweise um ein ausdauerpunkt besser wäre kostet dem doch auch fast ein gold mehr aber dann könnte ich wie gesagt theoretisch holen und dann einfach den passenden edelstein einsetzen wäre eine option ja mache ich jetzt gerade nicht aber so könnte man das theoretisch auch tun na das ist weniger intelligenz hat zwar einen edelsteinslot aber habe ja noch keine edelsteine oder so groß auf lager der ring ist käse der ring ist käse geschickt brauche ich nicht stärke brauche ich nicht nope wie gesagt stärke geschickt i don't need sind ja bei mir dann nur sozusagen erhöhen den verteidigungswert gegen krieger oder gegen ich weiß nicht wie die andere klasse das heißt die bogenschützen mongoda was wir generell noch sagen können oder ich noch sagen kann ist plate and soul hat gestartet plate and soul hat gestartet und das spiel hat uns alle so tierisch in den bann gezogen das macht so mega laune es gibt zwar einige die so ein bisschen im live stream gehatet haben das scheiß spiel und blablabla wie kann man sowas rausbringen das ist einfach glaube ich nur neider die noch nicht vorab spielen können die einfach oder oder generell so leute die einfach immer stunk machen müssen weil sie selbst so unzufrieden sind keine ahnung ich verstehe so leute nie wer zendel verstehen immer sie amüsieren mich da lieber drüber als dass ich mich darüber aufregt weil dann gewinnen sollen die nicht ne aber plate and soul macht mega laune das kampfsystem ist der shit also mir macht es total spaß da selbst wirklich so in depth sich die die einzelnen fähigkeiten angucken zu müssen ja um eigene kombos rauszufinden dann noch mal selbst da so ein bisschen skillen und machen und tun und das ist einfach der absolute wahnsinn was was da alles so möglich ist wie wie detailliert das ganze ist und wir stehen erst noch am anfang wenn wir endlevel erreichen und dann richtig pvp losfetzt oder die dungeons oder was auch immer das macht schon richtig laune und gerade in der gruppe das ist super angenehm zu spielen und das ist einfach das ist echt geil auch wenn man das zwischendurch sagt ey komm ich will gerade noch hier das bagur also dass das schild die die teile die acht fertig haben dann grindet man irgendeine dungeon mehrmals zusammen oder was auch immer das ist einfach super geil und macht mega laune und da wollen wir sehr lange dranbleiben und das wäre super nice wenn ihr das spiel genauso feiert wie wir denn wir haben auch wirklich schon die erste aufnahme gemacht die kommt glaube ich morgen wenn mich nicht alles täuscht und da man dann schon zusammen gemacht den ersten großen sechser dungeon den man zusammen machen kann mit wirklich mit wirklich auch bossen und so weiter und so fort war mega cool den braucht man beispielsweise wenn man seine waffe auf max aufgewertet hat um dann den den durchbruch auf stufe 10 zu machen braucht man die waffe die man daraus bekommt für seine klasse und den haben wir einmal aufgenommen und da ist natürlich dann feedback erwünscht da wollen wir wissen wollt ihr das wirklich sehen wir werden dann natürlich nicht einfach nur stumpf bringen wenn wir irgendwie rumlaufen und farmen und leveln und was auch immer das hat man irgendwie mehr spaß daran wenn man das selbst macht aber gerade gezielt dungeons oder beispielsweise die eigene klasse vorstellen pvp turniere wollen wir auf jeden fall machen und das das wird einfach super geil super lustig und bin gespannt wie wir selbst alle verbessern und weil kommt auch viel auf timing skill und und was auch immer an reaktion ausweichen und so weiter und ja das das ist einfach schon ziemlich geiles spiel das war's zu bleiben soll dann generell heute abend kommt das trouble town battle ja heute abend ist mal ein bisschen anders denn das trouble town battle kommt bei jedem nicht wie wie wir es davor hatten das kommt an einem tag bei zwei leuten und dann wird gesagt hier und am nächsten tag kommt bei denen und den und dann den tag danach bei dem und dem sondern heute kommt einfach sonic all star racing ja und das war der steht könnt ihr euch vorstellen falls jetzt nicht kennt wie wie mario kart oder so nur mit wirklich so so team fortress fahrern mit mit sonic fahrern mit allen möglichen fahrern und das war ein chaos hoch 10 wir waren gesplittet in zwei fünfer gruppen in teamspeak das heißt das gibt es auch theoretisch immer aus zwei seiten zu sehen die rennen sind immer in cup gefahren das waren immer vier rennen und dann hat sozusagen der nächste spieler aufgenommen und los geht es glaube ich um 18 uhr 18 uhr 30 ich weiß ich bin mir nicht ganz sicher oder oder ging es weil das video hier wird um 19 uhr kommen und meine folge die kommt um 20 uhr das heißt jetzt in einer stunde kommt sozusagen die folge die kommt auch parallel noch bei manus und die einfach super witzig bei mir wirklich das rennen war leicht frustrierend weil ich hatte mega pech war den ganzen abend eigentlich richtig gut gab nur zwei runden wo es richtig pech haben nach hinten durchgereicht wurde aber so ein bisschen rage und bisschen verzweiflung und dann wieder irgendeinen anderen auf die nerven gehen das war einfach super lustig kann ich euch nur empfehlen anzuschauen und wenn euch das gefällt dass da auch ein daumen nach oben da weil wir schon gesagt das war so witzig und konnte man so locker spielen wenn ihr das wirklich feiert das spiel können wir da auch hin und wieder irgendwie mal so im monat oder sowas beispielsweise einfach mal so ein trouble town cup machen wo wir einfach ein bisschen fahren und ihr da wieder so eine folge sonic all star racing zwischen reingeschoben bekommt wenn wir noch 35 sekunden dann ist auch schon das abenteuer vorbei nach wie vor ist das ganze natürlich ihr seht hier unten an durch produktplatzierung unterstützt ich bekomme hier nach wie vor geld aber das habe ich glaube ich schon zu hauf zu hauf erwähnt und auch das ist meine meinung nicht beeinflusst spiel macht mehr laune ich muss gestehen es macht aber viel viel mehr spaß seit ich wirklich pilze habe und in der gilde drin bin und selbst so ein bisschen schneller leveln kann mein charakter boosten kann und einfach wirklich besser vorankommen weil davor hat sich wirklich so ein bisschen gezogen ja das ist denke ich so was ich dazu sagen und wir machen hier den furchtbaren dämon easy als ob nie was anderes gemacht hätten wir gucken gerade mal hier was können wir hier wir schauen mal ob wir den hier besiegen können sieht fast danach aus ja gerade so wir gucken dann ob wir hier einfach nochmal irgendein duell machen kommen das wird gepusht und da ist er weg ja so läuft das mittlerweile und die hier ist aber stufe 31 die hat 600 und 21.000 leben also die hat einiges mehr als wir das wäre so ein bisschen riskant und jetzt wo wir zwei mal gewonnen haben wollte ich nicht unbedingt nochmal zeigen dass wir jetzt verlieren deswegen hier einmal noch kurz wir haben einen neuen dungeon das ist immer level 4 hier sind wir mal stufe 9 die schaffen wir beide noch nicht irgendwas wollte ich doch noch machen weshalb ich jetzt hier noch gewartet habe was ach das war einfach nur arena das war glaube ich einfach nur arena falls vergessen habe ich werde es im video sehen oder ihr das mir bestimmt sagen ansonsten wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da wir schauen hier gerade was wir noch annehmen für ein auftrag und hier gehe ich wirklich immer auf erfahrung ist jetzt hier glücklicherweise wieder so dass es auch den meisten gold das meiste gold bringt und das mit abstand und ja ihr seht es geht voran ja ich versuche mit mit allen mitteln ein bisschen auf die anderen aufzuschließen die sind also level 100 plus aber das kein problem das kriegen wir hin dadurch sind da guter dinge wie gesagt platen soul kommt morgen und was noch kommt für diejenigen die jetzt wirklich bis zum ende durchgehalten haben special folgen einfach an der stelle noch mal ein riesengroßes dankeschön an dalu der mich da so ein bisschen mit reingebracht hat was heißt ein bisschen der mich damit mit beiden händen reingezogen hat und auch für die jungs ja ich will jetzt noch nichts verraten noch kein spoiler sozusagen aber auch für die jungs super sympathisch super nett mich da aufgenommen und auch ja sehr sehr nette worte mir gegenüber gefunden war super geil und wie gesagt wenn sich die möglichkeit wieder ergeben sollte das ist ganz klar da bin ich wieder mit am start ja seid auf jeden fall gespannt ab morgen geht so eine kleine special reihe los ist in rainbow six siege wie erwartet das erfahrt ihr dann und euch noch einen schönen sonntag haut da rein und macht's gut Leute tschüss